jetzt schauen wir uns an was passiert im alapin mit zweitens d5 wenn schwarz sein läufer danach nach draußen bewegt entweder nach f5 oder g4 und wir starten in diesem kapitel mit dem system mit läufer f5 und gucken uns an wie wir dagegen spielen ich nehme mal vorweg wieder wird es darum gehen dass wir mit springer a3 läufer c4 zeit gegen die schwarze dame gewinnen und dann schauen dass wir einen schönen entwicklungsvorsprung bekommen die normale zug folge hier um in das system reinzukommen ist nach dame schlicht d5 springer f3 springer c6 und dann läufer f5 warum ist das beliebt bei schwarz auch hier ist der grund ganz einfach dass gegen d4 diese variante sehr in mode kam springer f6 springer c3 läufer f5 das ist irgendwann eine sehr beliebte variante geworden die einige schwarz spieler sicher im repertoire haben und so kommt das natürlich dann auch dass die leute gegen springer f3 dasselbe spielen in der hoffnung dass wir jetzt d4 spielen oder nach springer a3 den wir ja machen läufer f5 jetzt d4 spielen kurzer einschub bevor wir darauf eingehen die kombination springer f6 und läufer f5 macht hier irgendwie weniger sinn wir spielen läufer c4 und damit d7 funktioniert natürlich hier gar nicht das ist gleich anders mit dem springer auf c6 aber hier geht läufer schlägt f7 nebst springer e5 gabel das heißt die variante fällt hier weg und schwarz müsste nach e4 gehen und auch das motiv haben wir im letzten kapitel schon gesehen wir gehen mit dem läufer einfach zurück und sagen okay wir gewinnen zeit gegen die schwarze dame einen tempo zug die muss wieder zurück und stellen läufer f4 und diese art von stellung werden wir jetzt häufig sehen in diesem läufer f5 und läufer g4 system und wenn wir das erreichen ist das immer sehr sehr gut das hier sogar noch in der ausgesprochen guten version für weiß weil ich wirklich springer b5 springer c7 stark droht wenn das jetzt verhindert wird dann geht der springer nach c4 und ja da sprechen wir gleich noch drüber also das macht hier wenig sinn springer f6 und läufer f5 zu kombinieren was gar nicht blöd ist aber total selten ist direktläufer f5 spielt quasi kein mensch aber es könnte die idee geben nach springer a3 jetzt nicht mit springer c6 in die stellung überzugehen die begleichung ansehen sondern hier wieder dieses damenschach auszupacken wozu wir ja auch in der variante mit c3 springer f6 ein eigenes kapitel hatten in einer ganz anderen stellung und nach läufer e2 hier läufer d3 zu spielen das war noch nie in irgendeiner ernsthaften partie auf dem brett aber nimmt halt schnell die damen vom brett da können wir uns jetzt gar nicht gegen werden mit weiß also wir können jetzt springer c2 spielen und wenn schwarz jetzt zögern würde dann geben nach e3 und hochieren kurz und den hier ganz nett weil die schwarze damen komisch steht auf e6 aber schwarz hat natürlich jetzt die gelegenheit auf e2 zweimal zu nehmen na gut es sollte auch ohne damen hier leicht besser sein für weiß mit dem plane die ich schon aufgezeichnet habe können turm nach d1 bringen und d4 pushen dann mit der figur natürlich nehmen wir können mit a4 a5 raum einnehmen sollte ein tick besser oder leicht besser sein für weiß aber viel ist das natürlich nicht und ja vielleicht wird jetzt irgendwann auch mal so gespielt von schwarz bislang noch nie vorgekommen das als kleiner ausflug gucken wir uns springer c6 an also springer a3 das ist ja immer unser system wir spielen springer f3 und springer a3 erstmal und halten uns die option offen ob wir d4 machen oder nicht läufer f5 soll das thema sein und wir spielen läufer c4 und hier haben wir zwei optionen denn hier funktioniert d7 halt weil das feld e5 vom springer gedeckt ist also hier fallen diese geschichten mit läufer f7 springer e5 schacht natürlich weg die alternative ist nicht dame d6 der wäre sehr sehr schlecht dann kommt damit b3 und zwei bauern hängen weiß gewinnt schnell hat hier auch schon online partien auf dem brett also beliebter fehler im blitzen dame e4 ist noch die alternative wird häufig gewählt ist aber tatsächlich wieder nicht gut euch wird es bekannt vorkommen wir ziehen läufer zurück und wollen jetzt einfach ein zug gegen die schwarze dame gewinnen sagen wir e6 ist der hauptzug hier alternativ könnte schwarz sagen okay ich ruchiere lang dann ruchieren wir kurz es droht mit springer g5 auf f7 einzusteigen und wenn jetzt f6 kommt das verhindert dann kann der andere springer nach c4 gehen dann gewinnen wir zeit gegen die dame spielen dame a4 und der schwarze könig ist hier viel schlechter als der weiße wir können mit b4 gleich starten und weiß steht hier klar besser und wenn schwarz sich weiterentwickelt und nicht die lange hochrad anstrebt dann können wir hier kurz hochieren d3 ist eine gute alternative neben springer c4 und dann dieser übliche plan da man nach b3 bringen b7 angreifen soll von f4 bringen aber wir können auch erst hochieren dann d3 dann springer c4 spielen springer f6 und in der stellung spielte ich in einer partie von vor zehn jahren gegen dubessai die in der zusatz datenbank auch findet den zug springer e3 das ist eine leicht bessere stellung für weiß wenn man es danach richtig spielt aber im nachhinein unser springer ist so schön auf c4 dass wir den gar nicht abtauschen müssen gegen diese läufer auf f5 auch wenn es ein doppel worden verursacht aber springer ist halt einfach eine sehr gute figur und nachhinein gefällt mir hier viel besser dass man auch hier einfach diese stellung anstrebt mit läufer f4 dame b3 begreifen den b7 an das vielleicht ein ganz guter moment um hier noch mal darauf einzugehen also das ist ja eine idee die wir jetzt hin und wieder sehen dass wir genau diesen aufbau anstreben das ist deshalb so gut weil der läufer draußen ist und das feld b7 umgedeckt ist das heißt wir gewinnen hier immer zeit und schwarz muss irgendwie umständlich diesen b bau entdecken hier geht es mit b6 ja aber so richtig schön ist es auch nicht wir können einmal beachten solche sachen wie läufer d3 funktionieren hier sehr selten in der stellung können wir mit läufer schlicht d3 turm d1 zeit gewinnen und dann gleich den b7 raushauen wir können gleich auf d6 mit dem läufer einsteigen und so weiter mann ich mal geht läufer d3 gar nicht wegen irgendwelchen festungen das jetzt hier nicht der fall weil c4 hängt und wenn dann dieser bau direkt wird mit b6 dann bringen wir den turm a nach d1 logisch der andere soll nach e1 und das ist so ein standard aufbau der erstmal vielleicht im ersten blick nicht so gefährlich aussieht aber wenn man sich mal ein bisschen drüber gedanken macht schwarz hat hier irgendwie nichts aktives die schwarze dame auf d5 kommt immer irgendwie unter beschuss weil wir spielen turm e1 wir bringen den springer nach e5 und dann kommt der läufer nach f3 dann ist der läufer sehr stark auf die diagonalen und die dame hat dann gar nicht mehr so viele rückzugsmöglichkeiten wenn einmal ein springer auf e5 steht und zusätzlich können wir mit h3 g4 noch weiter raum einnehmen insbesondere auch wenn der läufer auf g4 steht was wir im nächsten kapitel dann sehen werden aber auch mit dem läufer auf f5 ist das natürlich im plan und ja die stellung finde ich sehr einfach zu spielen und ja deutlich vorteilhaft für weiß das so als kleine erklärung zu diesem aufbau den wir immer wieder anstreben können und das zeigt okay nach dame e4 schach kommen wir hier in eine schöne stellung dame d7 hier sollten wir dann kurz hochieren und wieder schauen ob wir gleich d4 spielen oder nicht oft können wir hier nämlich mit d4 tatsächlich gleich spielen einfach weil die schwarze entwicklung hier sehr hinterher hinkt also bis schwarz kurz hochiert ist dort noch eine zeit und lange hoch ist immer sehr gefährlich deswegen macht hier häufig sind mit d4 dann auch die stellung zu öffnen läufer d3 hier können wir einmal kurz schauen da ist dame b3 eine sehr schöne erwiderung weil schwarz hat hier nicht wirklich zeit die qualität auf f1 zu schlagen wir würden auf f7 einsteigen ja und dann geht der läufer nach e6 und mit dem könig in der mitte das überlebt der schwarze nicht das ist eine gewinnstellung für weiß so gierig kann schwarz nicht sein das heißt er müsste hier unseren läufer eher beseitigen und jetzt haben wir wieder diesen riesigen springer auf c4 wir können d4 spielen lebst um d1 und steht klar besser auf den logischen zug e6 spiel mit läufer b5 wir drohen damit springer e5 der andere springer kann über c4 ins spiel kommen manchmal ist springer h4 eine idee um diesen läufer auf f5 sich abzuholen und auch d4 ist natürlich nicht weggelaufen Also das führt zu schönen Stellungen, die wir uns in der Vertiefung dann noch anschauen können. Aber ich denke, für das Basiswissen genügt, das hier Läufer B5 schon gesehen zu haben und diese Pläne einmal genannt bekommen zu haben. Und dann gibt es noch A6, um genau das mit Läufer B5 zu verhindern. Und naja, der tut auch wieder nichts für die Entwicklung. Also jetzt, wie ich gerade sagte, ist ein guter Moment, um dann D4 zu spielen. Bauschlecht D4 ist logisch, stattdessen Turm D8 kann man ganz gut mit Läufer G5 beantworten. Das unterbindet wieder die schwarze Entwicklung, verhindert E6. Und G6 ist tatsächlich gar nicht gut möglich wegen D5, nebst D6. Und ja, weiß steht sehr, sehr gut. F6 will man auch nicht spielen, dann geht der Läufer halt einfach zurück. Und was ist denn F6 für ein Zug? Der König ist total offen. Also Läufer G5 führt zu sehr guten Stellungen. Und nach B4 schlägt D4, B4 schlägt D4. Turm D8 ist dasselbe Spiel. Wir können wieder Läufer G5 spielen. Ich habe da noch ein paar mehr Varianten in der PGN drin, wenn ihr euch da noch durchklicken möchtet. Aber ich glaube, das ist genug, das hier zu wissen. Was haben wir noch an Alternativen? Springer F6. Dann können wir hier ganz gut mit Springer E5 aktiv nach vorne spielen. Wieder mal unseren Bauern nach E5 bringen. Und nach dem Darmtausch Läufer D5. Ja, ist der B7 schwach? Und wenn wir den bekommen, haben wir natürlich am Darmflügel später schönes Spiel, weil wir uns hier Freibauern bilden können, weil der A6 auch schwach wird. Und E6 hatte ich mal auf dem Brett gegen meinen Teamkollegen, Großmeister Daniel Hausrath. Und hier hat sich dann D5 angeboten. Klar, in dieser Isolani-Stellung, vor allem mit dem König auf E8, wollen wir die E-Linie öffnen. Also D5. Bauer schlägt D5 und das Schach. Läufer E7 kam jetzt in der Partie. Danach steht Weiß tatsächlich sehr, sehr gut nach Darm schlägt D5. Ein bisschen besser ist es, mit dem Springer nach E7 zu gehen. Auch wenn es das nicht verhindert. Wir nehmen trotzdem auf D5. Der Springer ist ja schließlich gefesselt. Und, okay, das Material ist hier ein bisschen reduziert durch den Darmtausch und dadurch, dass die drei Linien im Zentrum alle offen sind. Aber unsere Figuren sind natürlich viel besser. F6 zum Beispiel. Dann können wir auf C6 nehmen. Springer C4 spielen, mit der Drohung auf D6 einzusteigen. Den anderen Springer nach D4 bringen. Und auch ohne Darm ist der König hier immer noch offen. Der Bauer auf C6 ist schwach. Und Weiß hat auf jeden Fall eine vorteilhafte Stellung. Also, wenn A6 kommt, dann können wir den Entwicklungsrückstand von Schwarz nutzen, indem wir D4 spielen und auf E6 auch noch D5 und Turm E1 Schach. Das dazu. Und ja, ich denke, das reicht als Basiswissen zu dieser Läufer-F5-Variante. Und wenn ihr euch das noch ein bisschen genauer ansehen wollt, was hier los ist und wie es hier weitergehen kann, dann schaut in das Vertiefungsvideo hinein. Und, und seitbinatorhöfe zu dieser Läufer-F5-Variante. Auch nach πολverb Anti- Prinz.